Je länger die Coronavirus-Pandemie dauert, desto mehr Symptome werden der Krankheit Covid-19 zugeschrieben. Zunächst wirkt sich die Infektion ähnlich wie eine gewöhnliche Grippe aus. Nun wird die Liste der Krankheitszeichen immer länger. Kopf, Nase, Rachen, Lunge, Herz, Nieren, Magen, Darm und sogar die Zehen. Kaum ein Bereich, der nicht durch das Virus betroffen ist. Ein internationales Forscherteam hat nun ein neues Corona-Symptom entdeckt. Weiße Pünktchen auf der Zunge. Ärzte sind der Ansicht, dass Hautausschläge im Mund als wichtiges Zeichen von Covid-19 erkannt werden sollte. Die Forscher haben dabei 666 Coronavirus-Patienten mit leichter bis mittelschwerer Lungenentzündung in Madrid untersucht. 26 Prozent der untersuchten Erkrankten, also mehr als jeder vierte, hat dabei einen Ausschlag am Mund. Eine solche vorübergehende linguale Papillitis ist eine häufige schmerzhafte entzündliche Erkrankung, von der eine oder mehrere Papillen auf der Zunge betroffen sind. Die Krankheit ist auch als Lügenbeulen bekannt.